Achso, ne, ich meine, ich muss ja erst raus. So, aber ich könnte doch... Ne, das machen wir nachher. Da will ich schon zuschauen, die Kühe verschwinden. So, hier kommt auf eine kleinere Weide. Und die eigentlich schöner ist. Ja, doch, eigentlich schon. So, mal ein bisschen hier in diese Richtung ziehen hier. Ja, da kommt es ja ein. Sehr gut. Ne, 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 du... Jetzt laufen sie wieder alle raus. Ja, das ist ja klar. Dafür habe ich die jetzt da hin gebunden. Komm mal mit hier. So. Und du auch. Ne, ich muss die Tür schon aufmachen. Du auch gleich rein hier. Das Hühnchen, das kann auf jeden Fall mit rein. Wenn da irgendwo ein Hühnchen dazwischen ist, wirst du wohl weggehen hier. So, okay, wir machen das anders. So, da, jetzt geh doch mal weg hier mit der Leine da. So, okay, gut. Wir müssen gleich mal loswerden hier. Und... So, in Strohballen rein. So. Jetzt rein mit euch da. Wie war das jetzt hier mit reinlocken? Ähm... Da. Wie sie alle geschickt herumlaufen. Als wüssten sie was ihnen blüht. So, gleich zwei weg. Noch eine weg. Und... Die kriegen wir auch noch weg. Sehr gut. Jetzt haben wir noch vier Kühe. Ja, zwei können wir schon noch dazunehmen. Ah, Moment mal. Ich muss das wegnehmen. Das wegnehmen. Das Schwein... Äh, das Hühnchen, das... Ja, das kann doch nicht von der Leine reinlaufen dann. So, jetzt mal hier. Schafe. Komm mal alle her. Ich will euch ein bisschen weglocken. Und trinken muss ich auch gleich was. Und dann mache ich das doch mal eben. Moment. So, das tut gut. Jetzt zeig mir Schafe mal ein bisschen davon weg. Und da ist noch eins. Ja, so ist gut. Okay, jetzt noch zwei Kühe. Hier haben wir schon mal eine. Und da ist noch eine. Ja, willst du wollen? Und hier bleiben? So. Und das gleiche machen wir dann mit den Schafen auch noch. Können wir auch hier machen. So, rein mit euch beiden. Sehr gut. Tür wieder zu. Lass so weg. Und dann könnt ihr hier reinlaufen. Ne, 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 hier. So, sehr gut. Dann nehme ich... Nö, das kann da bleiben. Stimmt, das kann da bleiben. Ich nehme aber jetzt auf jeden Fall das mal mein Bett in die Hand. Wenn ich es wieder finde... Da ist es. Okay. So, erst mal ins Bett gehen. Morgen willst du... Ah, hier. Die Sonne ist auch dabei. Gut, das lassen wir erstmal hier so. Ist jetzt natürlich nicht die optimale Lösung hier, aber das macht nichts. Ähm, ein bisschen was futtern. Und dann erstmal wieder zurückgehen und nach den Kühen schauen. Und dann werden wir die... Äh, die Schafweide vorbereiten. Auf, dass da viele Schafe reinkommen. Naja, so viele auch nicht, aber ein paar eben. So, zack, dazu. Wo war die Kuh? War die jetzt hier? Das war doch... Ach ja, genau, da wollte ich ja auch noch eine Kuh reinhaben. Da sind jetzt zwei Schweinchen. Ihr trägelt euch da verdächtig. Was macht ihr denn da? Hier, Kollegen, ihr kommt ja nicht raus. Da braucht ihr gar nicht so zu gucken. Ihr kriegt gleich noch einen Kollegen. Eine Kuh, nämlich. Achso, da kann ich ja wieder nicht durchlaufen. Ah, das nervt. So, also wo war jetzt die Kuhweide? So muss ich mich orientieren. Ähm. Ach, das da hier. Ich muss noch links. Hier irgendwie da. Ach, da. Genau, da sehe ich sie ja. Da muss also noch eine Kuh da rein. Ah, okay. Ne, wir machen das einfach so. Wir vermehren die Kühe einfach. Ne, ich kann... Moment mal. Ich will die Kühe, die hier drin sind, auch da drin lassen. So, ja, siehste. Ja, hallo. Willst du jetzt was frottern hier oder nicht? So, okay. Dann bauen wir mal das hier ab. So, dann habt ihr wieder ein bisschen mehr Platz. Und jetzt muss eine Kuh mitkommen. Ähm, ja. Moment. Da hinten, ach so. Ja, okay, gut. Nein, ich mach das so. Eine Kuh kommt mit. Die anderen, die anderen bleibt mal da. So. So, okay, gut. Jetzt haben wir da eine Kuh. Damit laufen wir jetzt mal... Hier irgendwo hin, wo ist... Der Eingang ist doch... Der ist doch nur da vorne. Okay. Wir haben da nur einen... Ah, dann darf ich doch da rum. Ja, du bist noch da. Ja, komm jetzt. Ja, genau. Sehr gut. Ach, dann kann ich das bei dir genauso machen. So. Wie mit deinen Kollegen hier. Ja, genau. Los, rein mit dir. Okay, die Leine ist gerissen, aber die Kuh ist dran. Haben wir denn jetzt für euch noch hier... Ja, genau. Hier haben wir noch ein bisschen Stroh. So, genau. Und für die Schweinchen haben wir dann noch Karotten. Ich glaube, das war ja bei den Schweinchen dann die Karotten. Ja, siehste. Jetzt haben wir da auch ein bisschen Nachwuchs. Sehr gut. Wunderbar. So lassen wir das. Aber ihr könnt noch ein bisschen... Ihr könnt noch ein bisschen Knochenmehl hier. Kriegen ja ein bisschen Blumen und Graszeug. Okay, jetzt haben wir das hier. Dann machen wir uns jetzt mal an die Schafweide. Also nochmal, jetzt bei den Kühen da vorne ist jetzt alles in Ordnung, so wie das aussieht. Ja, doch, würde ich sagen. Schöne Kuhweide. Schöne Bevölkerung hier. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt die Schaf... Das war ja hier, genau. Ja, dann einfach mal so geradeaus laufen hier. Jetzt dachte ich gerade, das Holz hier wäre gar nicht da. Ne, ist aber. Also, die Schafweide... War das hier jetzt? Genau. Ja, ich will das aber gerne hier so einzäunen. Na gut, wir brauchen also jetzt Zaun wieder. Jede Menge Zaun. Und ich brauche auch eine Werkbank. Ich will jetzt nicht immer hin und her laufen. So, ich stelle mir mal hier schnell eine Werkbank hin. Und dann machen wir nochmal... ...Stöckchen. Ha, die Stöckchen waren also vorhin alle. Na gut. Dann bauen wir nochmal mehr. Ist egal. Ich kann ruhig ein paar mehr machen. Gut, jetzt brauche ich wieder Holz. Dafür hatte ich ja die Fichtensetzlinge. Ja, stimmt. Na gut. Dann muss ich da eben gleich noch was machen. Ja, bauen wir erstmal was hin. Dann kriegen wir mal ein bisschen Material aus dem Inventar raus. Ja, wir können aber die Schafweide eigentlich gleich direkt hier hin machen. Direkt da am Zaun, am Dingsbums entlang. Ja doch, warum nicht? So, und hier will ich ein bisschen Platz lassen. Hier bei dem Gewässer, dass man da noch vorbei kann. Ja, genau. So. Oh, das reicht aber hier von der Größe her. Für die Schafweide. Ja, genau. Da müssen wir nur die Werkbahnen ein wenig versetzen. Ne, nicht da draußen. Och, die Schafweide kann ruhig ein bisschen größer werden. Ja ja doch, das passt so. Oh, das ist ja schon viel zu weit. So, genau. Dann machen wir auf jeden Fall hier einen Eingang. Ah ja, genau. Das da kann weg hier. Haben wir denn noch Gatte? Ja, haben wir. So. Und dann machen wir hier auch was hin. So, zack, dann. Moment, ich mache erst mal das da hinten wieder weg. Das war ja zu viel. So, und das da weg. Okay, schön. Dann hier ein Gatter. Und dann schließe ich mich hier ein. Das war eben erledigt. Und dann bauen wir mal wieder eine unerklärliche Quelle. Und machen wir eben alles andere, was denn so nötig ist. Zum Beispiel hier. So was da. Okay, dann machen wir da noch. Auf der anderen. Ja genau, machen wir einfach gleich da ein. So, und so. Da ein Loch rein. Dann brauchen wir dies hier. Und Hebe. So, und das auch hier. Okay, und Wasser. Jetzt packen wir Wasser. Also, machen wir mal eine unerklärliche Quelle hier. Na toll. Jetzt weiter einmal. So. Okay, dann kann ich die wieder füllen. Und dann gleich mal da rein. Und den anderen da rein. So, dann hätten wir das schon mal gemacht hier. Ich würde gerne bei den Schafen hier so vereinzelte kleine Löcher dann noch haben. So, und da noch. Da rein. Da rein. Und ach so, der andere ist leer. Okay. Dann kann das ja nichts werden. Und dann würde ich gerne das hier wieder zumachen. So, dass so ein einzelnes Loch übrig bleibt. So. Okay. Und dann noch ein bisschen Stroh. So, zum Beispiel. Dann noch ein bisschen Knochenmehl. Habe ich denn jetzt irgendwas noch vergessen? So. Ja, das passt so. Also, ich meine außer die Schafe. Ach ja, wir müssen ja noch in der Mitte hier irgendwo. Machen wir hier. Ähm, da. Und da soll ein Strauballen rein. Okay. Haben wir das schon mal soweit vorbereitet? Ähm, hm, hm. Das dann? Nö, ich glaube, das war alles dann, oder? Ich meine schon. Jetzt fehlen nur noch die Schafe. Ja, dann sorgen wir doch mal für Schafe. Ähm, es wird bald wieder Nacht. Ja, das ist egal. Äh, wir arbeiten einfach, bis es dunkel wird. Und dann legen wir uns ins Bett und machen am nächsten Tag weiter. So, da muss ich raus. Jetzt geht's um die Schafe. Aber da will ich gerne weiße Schafe haben. Also, braune dürfen dabei sein. Oder schwarze oder so. Aber graue auch. Graue geht auch, ja. So, dann versuchen wir das doch mal. Ja, so. Da haben wir hier mal ein braunes und ein weißes. Weißes. So. Wie kommt jetzt da eine Kuh rein? Kann mir das mal einer verraten? Vermutlich nicht. Was macht denn der Zombie hier? Ja, los, verbrenn jetzt endlich. Hat der eine Rüstung an, oder wie ist es mit dem? Na, also, geht doch. Wie kommt denn jetzt hier die Kuh da rein? Jetzt ist sie wieder weg. Hä? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ähm, verstehe ich nicht. Hier, mach jetzt endlich mal die Tür zu da. So. Da war doch gerade eine Kuh da. Das kann doch nicht sein. Das führt doch jetzt zum Schweinestall. Äh, zum Schaf. Zur Schafweide. Naja, wir überprüfen das nachher mal. So. Ich kann mich schon hinlegen. Gut. Machen wir dann morgen dann. Ja, gut. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Eigentlich dürfte das nicht gehen. Da ist, ja, da ist Stroh drin. Das führt zur Schafweide. Ja, ne? Haben wir jetzt noch Stroh hier? Sowas da, genau. So, eins ist weg. So, das zweite auch. Das Bett kann auch mal wieder weg hier. Auf geht's. Wir holen weitere Schafe. So, die Frage der Herzen. Jetzt haben sie sich alle verdünnisiert hier.